hallo zusammen wir zeigen euch heute ein neues keyshot tutorial und wünschen dabei viel spaß okay das heißt also wir haben jetzt hier natürlich drei verschiedene kameras erzeugt haben halt eben auch unterschiedliche perspektiven brennweiten in dem falle dort mit eingestellt und dann gucken wir einfach noch mal dass wir unser gesamtbild hier bearbeiten indem wir zum beispiel halt eben einen bildstil dort mit drauf legen der bildstil selber an sich ist jetzt hier auch im projekt nämlich auf der rechten seite zu finden wo ich zum einen erst mal voreingestellte auflösungen finde zum anderen halt eben einen standard ein default stil der vorhanden ist wo halt eben eine gewisse zahl von belichtungen natürlich auch das gamma eingestellt ist wir haben hier die möglichkeit halt eben auch so ein weichzeichner mit drauf zu nehmen oder halt eben auch schärfen dort mit hinzuzufügen ich mache es mal so dass ich jetzt einen komplett neuen bildstil erzeuge den ich jetzt halt eben hier auch bewusst einfach mal kontrast nenne so einfach kontrast um jetzt hier zu sagen wir wollen jetzt nicht nur eine einfache bildbearbeitung durchführen sondern eher so ein bisschen in das thema reingehen tiefer in das thema reingrehen und den bereich des fotografischen halt eben nutzen hier können wir natürlich auch dann sagen wir wollen zum einen das bild über die belichtung etwas dunkler machen etwas heller machen den regler ich lasse den jetzt mal erst mal bewusst hier in der mitte stehen da kommen wir dann gleich noch mal dazu den weiß abgleich wir haben also auch da noch mal die möglichkeit das weiß halt eben dann im bild selber zu bearbeiten wir sehen auch hier dass über diesen bildstil natürlich keine änderungen in im eigentlichen szenen fenster passieren sondern halt eben wirklich nur das bild an sich bearbeitet wird das was wir jetzt hier sehen an den kontrast kann ich natürlich auch noch mal nutzen um halt eben gezielt dunkle stellen heller zu machen oder oder dunkle stellen in dem fall etwas dunkler zu machen des weiteren haben wir dann auch noch mal hier unten die bildtransformation ich entscheide mich jetzt hier noch mal für einen etwas höheren kontrast dass man auch dann noch mal die effekte ein bisschen genauer sehen kann was mir jetzt persönlich natürlich noch nicht gefällt ist dass jetzt dass das jetzt auch die farbe des speakers sehr knallig hervorgerufen wird aber das gucken uns gleich natürlich an wie wir das eventuell über eine angepasste kurve im bereich des schatten mitteltöne hellgrau das weiß und die lichter natürlich steuert mein fokus sitzt jetzt erstmal hier auf zum einen auf die auf die mitteltöne dass wir da natürlich gucken dass zum einen natürlich hier dieses dieses knallige in der farbe rausgenommen wird und zum anderen ich versuche natürlich jetzt mal nicht zu groß den einfluss zu nehmen und zum anderen natürlich auch dass das weiß dann selber noch mal mit angesprochen wird so sehen wir zum beispiel dass diese sehr hell überleuchteten knöpfe dann in dem falle noch mal so ein bisschen das weiß mit rein bekommen und das ganze noch mal so ein bisschen natürlicher aussieht den schatten könnte man natürlich auch noch mal gucken ob man den entweder sehr tief oder ein bisschen weniger tief erstellt ich gucke mal dass ich da nicht zu tief in den schatten reingehe und 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 schaue dass ich den jetzt mal eher in den bereich das rausnehmen also weniger schatten dort mit in diesem bildstil mit übernehmen so kommen wir jetzt halt eben zu diesem punkt farbe ich habe ja gesagt gab mir persönlich ist das ein bisschen zu knallig das heißt ich kann natürlich auch hier gucken dass ich den haken bei der farbe mit rein nehme und bewusst natürlich auch dann die sättigung etwas runter setze ganz unten wäre natürlich überhaupt keine farbe und ganz oben wäre natürlich absolut knallig das wollen wir in dem fall nicht deswegen schaue ich dass ich da mal ein bisschen die sättigung raus nehme vielleicht mit der lebendigkeit des bildes halt eben arbeitet dass es dann ein bisschen liebvoller aussieht lebvoller aussieht und ich dann halt eben noch mal bewusst den regler dafür hochstellen kann so im großen und ganzen sage ich jetzt mal hier okay ich habe jetzt hier eine gewisse farbe die damit bin ich einverstanden das bild wirkt auf jeden fall lebendiger gibt emotionen ich habe vielleicht noch so ein paar bereiche wo ich halt eben über wegen der schärfentiefe drüber meckern könnte und zwar diese kleinen rindel hier die wollte ich ganz gerne ein bisschen krasser deutlicher da sehen wenn auch nur ein bisschen hätte jetzt nämlich hier auch unten dann die möglichkeit im bildstil die schärfe mit zu aktivieren so die schärfe ich tue jetzt mal die intensität ein bisschen höher stellen auf auf 1 und dann sieht man nämlich auch jetzt hier dass die rindel der knöpfe natürlich so ein bisschen hervorgehoben werden wir haben also die möglichkeit die größe der schärfe also in dem fall in einem pixel angegeben klar wenn ich jetzt hier eben die pixel höher stelle wird dann eben auch der scharfe bereich an der stelle deutlich größer das möchte ich natürlich jetzt nicht so weit ausreizen und die intensität je intensiver umso größere schwarze kanten sehe ich in dem falle dann auch hier an den einzelnen dunklen pixel punkten und ich will natürlich jetzt die intensität nicht ganz so weit hoch setzen und schau dass ich da jetzt in einem angenehmen bereich für die schärfe nämlich auch bin also ich achte jetzt mal mit meinem blick hier auf diese rindel und tue jetzt einmal die schärfe deaktivieren und einmal aktivieren entscheide mich jetzt dafür dass die schärfe jetzt hier ausreichend ist könnte man natürlich drüber noch mal schauen ob es dann halt eben eventuell den einfluss noch mal ein bisschen weiter runter gesetzt werden soll ich lasse es jetzt mal in dem falle hier so stehen okay des weiteren gerade um den kontrast noch mal mit einzubringen können wir hier dementsprechend auch noch mal wie netten mit eine wie nette mit einfügen heißt ich tue mal kurz die wie nette ein bisschen höher stellen damit man sehen kann was dort eigentlich passiert wir tun nämlich jetzt hier das bild so ein bisschen um rand ja vintage vintage radio natürlich auch eine wie nette die nicht fehlen darf der einfluss ist natürlich jetzt hier ein bisschen zu hoch gestellt ich gucke dass ich damals ein bisschen sporadisch und reell bleibe und ja das bild hat doch hier in dem falle noch mal doch so ein bisschen kontrast bekommen und auch so ein bisschen pep mitgebracht lebendigkeit mitgebracht wenn wir uns das jetzt noch mal mit dem alten bildstil anschauen mit dem standard bildstil da sieht das wirkt das ganze natürlich erstmal so ein bisschen überleuchtet und über den bildstil kontrast wirkt das ganze so ein bisschen klarer und definierter gerade in den hellen und dunklen bereichen jetzt hier im bild genau wir sehen also das ist natürlich auch mein schönes zusammenspiel dass man halt eben erst mal schaut was habe ich für kamera perspektiven schaue dass ich da natürlich dann eventuell mich an einen punkt orientiere wie ich jetzt zum beispiel den goldenen schnitt und dann können wir natürlich im nachhinein halt eben noch mal das bild selber anpassen über die bildstile solange bis natürlich dann für uns verfeinert wurde okay das war es dann auch in dem falle ich hoffe da waren noch mal ein paar interessante sachen dabei und in dem falle probieren sie es aus wir sehen uns in die in den nächsten tutorials dann noch mal wieder